Servus, ich bin der Daniel vom Kestle und ich werde euch jetzt unseren kürzesten Ski im Sortiment vorstellen, den Fiegl. Mit 63 cm ist er sogar kürzer als unser Kinderski. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Fiegl ist, einen Fiegl kann man auch als Fierngleiter bezeichnen und wie der Name schon sagt, geht es in erster Linie ums Fierenfahren. Sprich im Frühjahr, wenn der Schnee wieder ein bisschen weicher ist, ist der Ski einfach super zum Fahren und da geht es einfach 100 Prozent um den Spaß. Am besten schnappt man sich seine Freunde, fährt gemeinsam. Man sieht es auch, die letzten Jahre ist immer wieder beliebter geworden, dass man sich verkleidet und gemeinsam mit einer Partie Leute Fiegl fahren geht. Der Fiegl selbst hat so wie jeder andere Ski bei uns einen Holzkern aus Pappel und Buche in dem Fall. Glasfaser und Titanal und wenn man schaut, der ist echt steif, der lässt sich nicht durchbiegen, also mit dem steht er wirklich stabil drauf und hat einen Mordsspaß. Wenn es euch jetzt interessiert, was hinter dem Fiegl steckt, dann schaut es bei uns auf der Webseite einfach vorbei, auf kestle.com und bis dahin, ciao!